Oh, und jetzt geben Sie mir bitte noch zwei Rothirschwürste. Also, die sind ganz fantastisch. Sagen Sie mal, was ist denn das Geheimnis dahinter, wenn ich fragen darf? Das ist eine lange Geschichte, Frau Juhl. Würste haben mich immer fasziniert, wissen Sie? Man könnte schon fast sagen, dass es sogar etwas Mythologisches hat. Ein Tier zu töten und anschließend steckt man das Fleisch höhnisch in dessen eigenen Darm. Können Sie sich vielleicht irgendwas erniedrigenderes vorstellen, als in den eigenen Arsch gestopft zu werden? Nein, das kann ich nicht. Aber das ist eine der kleinen Freuden, die wir Menschen in unserem Leben haben.